Hallo liebe Freunde, heute habe ich wieder ein ganz besonderes Angebot für euch. Um welches spitzenmäßige Angebot es sich handelt, erfahrt ihr direkt nach diesem Intro. Hallo liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald in Kham. Heute möchte ich euch vorstellen ein 6 Jahre junges Essex-Klavier, Modell EUP111. Das hatten wir 2016 neu verkauft und da sollte ein Mädchen drauf Klavierspielen lernen. Hat nicht geklappt, die hat jetzt ein Pferd und reitet, also ist dieses Klavier für das nächste Mädchen oder den nächsten Jungen bereit. Ein wundervolles Einsteigerklavier aus der Steinweh-Familie. Top erhalten, es wird noch komplett durchgesehen, gereinigt, reguliert und gestimmt. Der Neupreis liegt heute bei 6.500 Euro. Wir bieten euch dieses Instrument an für 4.290 Euro, inklusive 5 Jahren Garantie, Lieferung Firehouse, einer Sitzbank und einer kostenlosen Nachstimmung. Kommt gerne vorbei, seht euch dieses schöne Klavier an. Es ist toll erhalten, es spielt toll. Ein echtes Schnäppchen und jedes Kind freut sich über ein schönes schwarzpoliertes Klavier. Wenn euch unsere Videos gefallen, gebt uns einen Daumen nach oben. Vor allen Dingen wichtig, abonniert unseren Kanal. Ihr seid dann immer auf dem Laufenden, wenn neue Videos erscheinen. Gerne könnt ihr uns zu allen Fragen rund um den Klavierbau, aber auch um unsere tollen Angebote anrufen unter der 02307 12125. Wir stehen euch für jede Frage gerne zur Verfügung. Tschüss! Tschüss!